Hi zusammen, ich bin Daniel von der Uni Ulm und mit diesem Video gehen wir das vierte Kapitel unserer Grundausbildung in R an. Programmstrukturen. Wir lernen, wie wir unsere eigenen Funktionen programmieren und uns IF-Bedingungen und verschiedene Schleifentypen zunutze machen können. Darunter auch die Apply-Schleife, die man von anderen Programmiersprachen noch nicht kennen wird. Am Ende werden wir dann sogar Rohre in unserem R-Code verlegen. Starten wir R-Studio. Wir wissen, wie wir bestehende Funktionen in R aufrufen können und wir wissen ebenfalls, dass wir mit sogenannten Packages den Funktionsumfang von R erweitern können. Jetzt werden wir unsere eigenen Funktionen entwickeln. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Eine Funktion besteht nämlich immer aus vier Teilen. Einem Namen, den Übergabeparametern, dem eigentlichen Code der Funktion und der Rückgabeanweisung. Als erstes schreiben wir den Namen, den die Funktion später haben soll. Dann kommt immer ein Gleichheitszeichen als Zuweisungsoperator, das Schlüsselwort Function, das uns aus Studio Blau hervorheben wird und dann in runden Klammern die Übergabeparameter. Eine Funktion kann wie hier mehrere Übergabeparameter haben, aber auch nur ein oder sogar gar keinen. Wichtig, selbst wenn die Funktion keine Übergabeparameter besitzt, müssen die runden Klammern platziert werden. Sie bleiben in dem Fall eben leer. Danach folgt der eigentliche Code der Funktion in einem Codeblock, in geschweiften Klammern. Der Code innerhalb dieser geschweiften Klammern wird beim Funktionsaufruf ausgeführt. Innerhalb dieses Codes werden wir auf ein neues Schlüsselwort stoßen, der Return-Anweisung. Return bedeutet, gebe den folgenden Wert zurück. Ich rufe die Funktion auf mit den Übergabeparametern a und b und erhalte in diesem einfachen Beispiel die Summe a plus b zurück. Wichtig, sobald ein Return-Statement ausgeführt wird, wird nicht nur der entsprechende Wert zurückgegeben, sondern die Ausführung der Funktion abgebrochen. Würde also hier noch anderer Code stehen, zum Beispiel ein Return-Statement mit zweimal a plus b, dann würde nur das erste Return-Statement ausgeführt werden. Im Gegensatz zu den Übergabeparametern kann das Return-Statement nur einen Wert zurückgeben. Es ist nicht möglich, im Return-Statement mehrere Werte anzugeben. Dies würde zu einem Fehler führen. Es gibt jedoch einen Trick, mit dem ich mehrere Werte zurückgeben kann. Und zwar, indem ich die einzelnen Werte in eine Liste packe. Hier als Beispiel eine Funktion, die die Summe beziehungsweise die Differenz zweier Zahlen berechnet. Hier erzeuge ich in meinem Return-Statement eine Liste mit den Elementen add, mit der Summe und sub, mit der Differenz. Vorsicht! Diese Funktionen, die wir hier entwickelt haben, können wir nur verwenden, wenn sie in der Umgebung definiert sind. Würden wir nun beispielsweise in der Konsole die Funktion adder aufrufen. Mit den Parametern 2 und 4 erhalten wir nicht das Ergebnis 6, sondern einen Fehler. Could not find Function adder. Um eine Funktion in dem Environment zu definieren, markieren wir sie mit der Maus und klicken auf Run bzw. Nutzen das Tastenkürzel STRG ENTER. Wir sehen, die Funktion erscheint hier nun in unserem Environment. An dieser Stelle lernen wir auch noch einmal den Source-Befehl kennen, den wir im ersten Video dieser Reihe nur kurz angerissen haben. Der Source-Befehl geht die ganze R-Datei durch und registriert alle Funktionen, die in dieser R-Datei entwickelt wurden. Außerdem wird sämtlicher anderer Code danach ausgeführt. Der Nachteil ist irgendwo in der Datei ein Fehler, dann funktioniert der Source-Befehl nicht. Sobald die Funktionen im Environment definiert sind, können wir diese verwenden. In einem Funktionsaufruf wie bisher. Der vorhin ausgetestete Funktionsaufruf ergibt jetzt keinen Fehler mehr, sondern liefert uns das Ergebnis 6. Die zweite Funktion, die wir hier haben, würde uns eine Liste zurückgeben mit der Summe 6 und der Differenz minus 2. Wie in anderen Programmiersprachen gibt es auch in R-Bedingungen und Schleifen. Wir schauen uns hier einige sehr einfache Beispielfunktionen an, die Schleifen und Bedingungen verwenden. Die Funktion maxOfTo soll das Maximum aus den zwei Übergabeparametern zurückgeben. Dazu verwendet die Funktion eine if-Bedingung, wenn a größer b, dann gib a zurück, ansonsten gib b zurück. Wir können die englischen Schlüsselworte if und else hier also wortwörtlich nehmen. Wenn die Bedingung, die danach kommt in Klammern zutrifft, dann führe diesen Block aus. Ansonsten und nur ansonsten führe diesen Block aus. Neben if und else gibt es auch noch else if. Dies lernen wir hier bei einer Funktion kennen, die drei Übergabeparameter bekommt und aus diesen drei Parametern das Maximum auswählen soll. Die Funktion geht wie folgt vor. Wenn a größer als b ist, dann springe in diesen Block hinein. Innerhalb dieses Blocks, wenn zusätzlich a größer als c ist, dann führe diesen Block aus. Weise der Variable d den Wert a zu. Ansonsten und nur ansonsten weise der Variable d den Wert c zu. Falls die Bedingung hier nicht zutrifft, überspringe diesen Block vollständig und mache hier weiter. Wenn dies nicht zutrifft, aber b größer als c ist, dann springe in diesen Block rein und weise d somit den Wert der Variable b zu. Falls diese Bedingung hier auch nicht zutrifft, überspringe diesen Block ebenso und weise der Variable d den Wert c zu. Der else Block hier unten wird also nur ausgeführt, wenn diese Bedingung nicht zutrifft und damit dieser Block übersprungen wird und auch diese Bedingung nicht zutrifft und damit dieser Block übersprungen wird. Am Ende wird immer die Variable d zurückgegeben. Bei den Schleifen schauen wir uns zunächst die auch aus anderen Programmiersprachen bekannten Weil- und Vorschleifen an. Hier definieren wir eine Funktion, die das Maximum aus einem Array zurückgeben soll. a ist ein Array, der beliebig viele Zahlen enthält. Was macht die Funktion? Zunächst schaut sie sich das erste Element an und speichert es in der Variable max. Dann wird ein Index auf den Wert 2 gesetzt. Nun folgt die eigentliche Schleife. Solange diese Bedingung hier zutrifft, führe den folgenden Block immer wieder aus. Solange der Array a noch einen Wert an der Stelle Index hat, überprüfe, ob dieser Wert größer ist als das bisher gefundene Maximum. Falls ja, führe diesen Block aus. Speichere dieses Maximum in der Variable max. Was ich jedoch immer mache, ist den Zählindex um 1 erhöhen. Bei jeder Ausführung greift die Schleife also auf ein späteres Element des Arrays a zu, bis es irgendwann einmal kein Element mehr gibt an dieser Indexstelle und dadurch eine not a number produziert wird. In diesem Falle springe ich aus der Schleife raus und führe den weiteren Code aus. In diesem Fall nur noch das Return Statement. Gebe das gefundene Maximum zurück. Wir können diese Funktion auch mit Hilfe einer Vorschleife implementieren. In dem Fall gehen wir ganz ähnlich vor. Wir definieren eine Variable max und speichern dort zunächst das erste Element des Arrays. Setzen ein Index auf 1 und dann kommt die Vorschleife, in der wir diesen Index über einen bestimmten Bereich laufen lassen. Und zwar über den hier mit dem Sequenzoperator definierten Bereich von 1 bis die Länge des Arrays. Bei der Array also 5 Elemente, geht die Sequenz von 1 bis 5. Auch hier ist er deutlich flexibler als zum Beispiel C und Java. Bei C und Java können wir den Indexwert nur von einem bestimmten Startwert zu einem bestimmten Endwert laufen lassen und vielleicht noch eine bestimmte Schrittweite definieren. Hier können wir letztendlich aber auch statt der Sequenz einen völlig freien Pfad definieren, über den die Schleife laufen soll. Innerhalb der Schleife machen wir dann dasselbe wie bei der Weilschleife. Für jeden Indexwert, den wir untersuchen, schauen wir, ob der Wert an dieser Stelle größer als das bisherige Maximum ist. Falls ja, führen wir diesen Block aus und speichern somit das Maximum in der Variable Max. Sobald die Schleife durchgelaufen ist, das heißt wenn der Wert Index den letzten Wert dieses hier erzeugten Vektors erreicht hat, geben wir das gefundene Maximum zurück. Neben den gängigen Weil- und Vorschleifen bietet uns R zusätzlich die sogenannten Apply-Funktion. Diese führen eine Funktion mehrfach aus. Die jeweiligen Übergabeparameter entsprechen den Werten einer Matrix oder einer Liste, die wir der Apply-Funktion übergeben. Die Resultate werden je nachdem, welche Apply-Funktion wir verwenden, als Vektor oder als Liste zurückgegeben. Als Beispiel wollen wir alle ganzzahligen Teile einer bestimmten Zahl finden. Dazu haben wir eine Hilfsfunktion FindFactors mit den Übergabeparameter Number und Divisor. Diese Funktion gibt uns den Divisor zurück, falls es bei der ganzzahligen Division von Number geteilt durch Divisor zu keinem Rest kommt. Ansonsten erhalten wir eine 0. Wir wollen diese Hilfsfunktion nun so einsetzen, dass wir alle ganzzahligen Teile der Zahl 7840 zwischen 1 und 1000 zurück erhalten. In Form eines Vektors. Und das ohne eine konventionelle Weil- oder Vorschleife zu verwenden. Als erstes Beispiel wollen wir dies mit der Funktion Apply realisieren. Apply möchte eine Matrix als Datenquelle haben. Das heißt, wir definieren hier mit x zunächst einen Vektor, der alle Zahlen zwischen 1 und 1000 enthält und wandeln dann diesen mit dem Befehl S.Matrix in eine Matrix um. Dieses Vorgehen entspricht einem sogenannten Typecast in anderen Programmiersprachen. Neben S.Matrix gibt es in R eine ganze Reihe von S-Funktionen. Und wir sehen, dass es in R gleich eine ganze Reihe an diesen Typecast-Funktionen gibt, die einen Übergabeparameter nehmen und diesen in den gewünschten Datentyp umwandeln, falls dies möglich ist. Hier verwenden wir S.Matrix, um aus dem Vektor eine Matrix zu machen. Dann rufen wir die Funktion Apply auf. Diese erwartet drei Übergabeparameter. Zum einen eben jene Matrix mit den Werten, die als Übergabeparameter der Funktion verwendet werden sollen. Danach kommt die etwas obskur erscheinende Angabe margin-1. Hier wird festgelegt, ob die Apply-Funktion alle Zeilen oder alle Spalten der Matrix durchgehen soll. Da sich unsere Werte bei dieser Matrix über die Zeilen erstrecken, wie wir auch hier sehen können, verwenden wir den Wert 1. Möchten wir über die Spalten gehen, müssten wir eine 2 angeben. Danach wird die Funktion angegeben, über die die Apply-Schleife laufen soll. Hier unsere Hilfsfunktion FindFactors. Abschließend müssen wir für diese konkrete Funktion noch eine zusätzliche Angabe machen. Mit dem x versorgen wir nämlich nur den Übergabeparameter Divisor unserer Hilfsfunktion FindFactors mit Werten. Damit auch der Übergabeparameter Number einen Wert hat, müssen wir diesen hier angeben. Die Zahl Number soll immer 7840 sein. Wir führen diese Zeile aus und sehen, dass wir einen Fehler erhalten. Objekt FindFactorsNotFound. Die Apply-Schleife findet die Funktion FindFactors nicht. Wir erinnern uns an die eingangs ausgesprochene Warnung. Funktionen können nur verwendet werden, wenn sie im Environment registriert sind. Die Funktion FindFactors finden wir dort nicht. Wir müssen also die Funktion FindFactors hier markieren, die entsprechenden Zeilen ausführen und jetzt können wir die Funktion verwenden. In Texteditor, in der Konsole und eben auch innerhalb der Apply-Schleife. Wenn wir den Befehl jetzt noch einmal ausführen, dann sehen wir, dass wir keine Fehlermeldung mehr erhalten, sondern ein Ergebnis. Vectors ist ein Vektor, der die gewünschten ganzzahligen Teiler enthält. Und noch einige Nullen, wobei wir diese recht einfach mit dem folgenden Befehl herausfiltern können. Wir können uns das Ergebnis jetzt in der Konsole anschauen und sehen alle ganzzahligen Teiler der Zahl 7840. Eine Variante von Apply ist die Funktion LApply, wobei das L für Liste steht. Wie dieser Name dann schon sagt, möchte Apply keine Matrix als Datenquelle haben, sondern eine Liste. Auch hier verwenden wir einen Typecast, um diese Liste zu erzeugen. Wir erzeugen einen Vektor, der die Zahlen von 1 bis 1000 enthält, mit dem Doppelpunkt-Operator und wandeln diesen Vektor in eine Liste um. Diese so erzeugte Liste verwenden wir dann als Übergabeparameter von unserer LApply-Schleife. Diese erwartet eine Liste X und danach eine Funktion, welche mit den Werten aus dieser Liste gefüttert werden soll. Auch hier, unsere Hilfsfunktion hat mehrere Übergabeparameter und die Liste soll nur den Übergabeparameter Divisor füttern. Der andere Übergabeparameter benötigt natürlich auch einen Wert, immer denselben Number gleich 7840. LApply möchte nicht nur eine Liste als Datenquelle haben, sondern gibt sein Ergebnis auch als Liste zurück. Hören wir den Befeil aus, erhalten wir eine Liste mit den entsprechenden Werten. Diese Liste können wir mit dem folgenden Befeil filtern und anschließend mit der Unlist-Methode in einen Vektor zurück verwandeln. Würden wir statt dem Unlist-Befeil die doppelte eckige Klammer verwenden, dann würde es zu einem Recursive-Index-Fehler kommen. Wir benötigen an dieser Stelle also das zweistufige Vorgehen. Wir erzeugen eine gefilterte Liste, die nur noch die Elemente ungleich 0 enthält und wandeln diese anschließend zurück in einen Vektor. Die letzte Variante von Apply, die wir anschauen wollen, ist S-Apply. Diese möchte genauso wie L-Apply eine Liste als Datenquelle, aber gibt ihr Ergebnis direkt als Vektor zurück und erspart uns somit dieses etwas komplexe Vorgehen. Abschließend wollen wir uns in diesem Video noch mit einer weiteren Besonderheit von R befassen. Die nachrüstbare Unterstützung von sogenannten Pipe-Operatoren. Ein Pipe, damit ist keine Pfeife sondern eine Röhre gemeint, leitet das Ergebnis einer Zeile in die nächste weiter. Die Syntax ist relativ einfach. Schreibe ich folgenden Ausdruck ans Ende einer Zeile, dann markiert dies den Start einer Röhre. In der nächsten Zeile kann ich dann das weitergeleitete Ergebnis mit einem Punkt verwenden. Ab Werk unterstützt er keine Pipe-Operatoren. Wie bereits erwähnt, muss diese Funktionalität nachgerüstet werden. Zum Beispiel, indem wir das Package-Deployer einmalig installieren und danach in unserem Code aktivieren. Sobald das Package aktiviert ist, können wir die Pipe-Operatoren verwenden. Die häufigste Anwendung von Pipe-Operatoren ist, das Code deutlich kompakter und übersichtlicher zu gestalten. Das obige Beispiel mit S-Apply, dieses hier, kann mit Pipe-Operatoren zum Beispiel wie folgt geschrieben werden. Erzeuge einen Vektor mit den Zahlen von 1 bis 1000 und wandle diesen Vektor in eine Liste um. Stecke diese Liste in die Röhre und verwende sie in der nächsten Zeile innerhalb des S-Apply-Befehls. S-Apply, hier wird die Liste eingefügt. Es wird auf die Funktion Fine Factors verwiesen und deren Übergabe-Parameter sollen mit den Werten aus dieser Liste, sowie mit der festen Zahl Number gleich 7840 versorgt werden. Das Ergebnis der S-Apply-Funktion wiederum soll mit einer weiteren Röhre weitergeschickt werden in diese besonders kurze Zeile. Was diese macht, ist den Vektor, der hier erzeugt wird, zu filtern, sodass er nur noch Werte größer 0 enthält. Abschließend wird das Ergebnis dieser doppelten Weiterleitung der Variable X zugewiesen. Wir führen das Ganze aus und wir erhalten dasselbe Ergebnis für X wie hier oben. Vergleichen wir die beiden Code-Blöcke stellen wir fest, dass wir uns insbesondere einige Zwischenvariablen und Zwischenschritte gespart haben. Natürlich muss man beim Einsatz von Pipes auch immer darauf achten, dass die entsprechende Kette nicht zulang wird. Ansonsten kann es sein, dass der Code zwar kompakter, aber auch schlechter nachvollziehbar wird. Mit unserem Wissen über Daten und Programmstrukturen haben wir jetzt die notwendigen Grundlagen, um unseren ersten Datensatz anzugehen. Im nächsten Video werden wir uns tabellarische Datensätze anschauen. In den drei Videos danach soll es dann um textuelle Datensätze gehen. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und klicke auf Abonnieren. Bis dahin. Maschinen.